Die drei Monate Praktikum in Peru bei dem Projekt Puente Santa Lucia de Lima haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel dazugelernt für mein Leben auch, weil ich möchte Lehrerin werden und dadurch, dass ich den Kindern dort Einzelunterricht in Englisch und in Deutsch gegeben habe, hat es mir sehr viel weitergebracht. Das ist ganz anders als hier in Deutschland, die Kinder, die nehmen einem richtig herzlich auf, egal ob sie einen kennen oder nicht, die begrüßen einen immer mit einer Umarmung und einem Küsschen und die freuen sich einen zu sehen und die haben eine richtige positive Lebenseinstellung, auch wenn es denen nicht so gut geht, wenn sie kein Geld haben und das steckt einen auch einfach an. Also dann wird man selbst auch fröhlich und hat dann mehr Spaß am Leben. Unter der Woche bin ich morgens oder auch nachmittags, je nachdem, mit Wilfredo und Nena losgefahren. Dann haben wir die Kinder besucht, sind zum Arzt gegangen mit den Kindern, sind die Kinder in den Schulen besuchen gegangen, um zu gucken, ob es denen gut geht, ob es Essen gut ist, ob sie auch etwas zu essen kriegen. Also ich habe vor allen Dingen gelernt, das Leben ein bisschen gelassener zu sehen, mehr für meine Ziele zu arbeiten, weil die Kinder, die müssen für ihre Zukunft wirklich viel machen, weil es ist dort wirklich schwer, einen guten Job zum Beispiel zu kriegen und das alles ist hier ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem wichtig, dass man sich Mühe gibt und dass man auch den Mut nie verliert und dass man auch weiß, dass man immer Hilfe hat, dass man unterstützt wird, wenn man das Angebot annimmt. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich die ganzen Leute dort kennengelernt habe und wir halten auch immer noch Kontakt über E-Mail, schreiben uns und ich werde auf jeden Fall wieder hinfahren. Ich bin warm.